und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren runde wie fast beobachtet meine freunde ich werde nun erstmal wieder in die öffentliche gedön zu fahren und wir machen super anders da und auch das laut alle freunde wo man sich ändern ich hab schon alles vergessen ne verdammt ok so an sich ist er schnieke ne aber wir hatten glaube ich kein geld mehr ne wir haben kein cash alles klar freunde hab nichts gesagt wir fahren erstmal rennen wir müssen geld verdienen die monoswarte liste hochsteigen und so weiter und so fort ich habe auch heute mal undercon 2 versucht aufzunehmen aber das quer ich bei mir durchgehend ich komme mit den mods nicht so klar und ich meine leute an der konzert wird nicht kommen leider machen wir erst mal radar falle weil jetzt haben wir mal getubt das auto ne das können wir so gut machen super super mustang und gtg gtg aber so aber so bist du verpiss dich doch die super geht schon gut ab freunde der geht schon gut ab und werden das erste mal so leben los was man schön für den radarfang einsetzt setzen sollte wo hat dieses motion schrittliche autounfall dieses motion blau zu reine verdammt zu langsam schneller 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 schön wieder souverän auf dem zweiten platz aber wir sind natürlich erster was die radarfalle angeht und nun sind wir komplett erster und nos zünden vor der radarfalle genauso sollte man es eigentlich tun wenn man denn noch hat nicht so wie wir den anderen mit was war das für eine kollisionsabfrage scheiße ah man voll verkackt rum Arschloch oh da ist nochmal eine radarfalle oh doch wir sind erster ich dachte wir wären jetzt nicht erster weil der vor uns ist halt schon durch die radarfalle gefahren deswegen hatte der eine radarfalle mehr auf dem konto und ich rede wie so ein wie so ein Regenbogen Regenbogen können reden Freunde Regenbogen nein Spaß beiseite so souverän erster platz ne kein Problem für die Bosse hier beziehungsweise für den Boss ich fahre alleine ne 633 insgesamt an kmh bestätigte oh und schön 213 nochmal drauf einen runtergeschaltet oh shitty fuck eng meine Nase juckt ganz schlimm uiuiui übrigens ist das Supra das erste Auto was auch nach links renkt vergisst das wow drift scheiß Hackantrieb und zack schön läuft doch gut souverän erster ach ja was soll ich dazu noch sagen was soll's machen halt's machen weiter geht's Freunde was haben wir jetzt für ein Rennen oh ne DREK haben wir noch gar nicht gemacht oder? unser erstes DREK Rennen mit ne Supra da kann man nur gewinnen sagt er und verlor ja sieht gut aus 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 pfff geht direkt Junge oh sieht nicht gut aus wow 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 was ist das für ein DREK Rennen seid ihr bekloppt alter einen runterschalten schalten und schreckliche Autounfall kurz vorm Ziel ja super oh falsche taste fuck ja jetzt liegen wir natürlich auch nicht vorne wieso auch immer wollte ich mit X hochschalten bisschen was mit A hm komisch das ist auch kein DREK Rennen hier was ist das alter mehr Kurven ja als andere muss man ja fast schon ich bremse nicht mit DREK Rennen wie sehe ich denn aus alter Gott ey hart am Limit hier das Leben ist hart am Limit so was können wir noch gewinnen Sprint und ich glaube gleich haben wir noch Kohl um den Supra schön zu machen ich habe eigentlich an einem so einen typischen schwarz rot gedacht dann haben wir nämlich rote Neons rote Scheiben das sieht alles gut aus dann so wie wir jetzt rumfahren ist total hässlich ich meine das andere ist übel Mainstream oh was war mit ihm er war einfach auf dem Kopf achso das ist ein CB Fahrzeug ich meine das andere ist ja ähm relativ Mainstream mit den roten Streifen oder whatever was wir cooles finden aber aber lieber Mainstream wie hässlich um ehrlich zu sein aber lieber Mainstream wie hässlich um ehrlich zu sein boah der ist schnell alter was ist mit dem denn los ha 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 fahre ich das können junge so easy erster schön auf dem Pin bleiben Abkürzung nehmen weil wir cool sind ja manches auch kenne ich noch hm aber der bleibt nah dran alter der 5er gang ist so lang gezogen oh mein Gott wo ist zu viel Whel Hast ganz schlecht weggekommen ganz schlecht schade nicht gut nein nein okay hinter uns ist wieder genug abstand sieht souverän aus ist ein langes sprint rennen wir sind das bei 74 prozent f 65 sowie und rum 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 jetzt können wir die wir noch ein bisschen behindern es liegt durch ein bisschen scheiß auf der straße mir so vorbei müssen ihr wixer er kam ganz locker vorbei verdammt am anruf meter e jetzt juckt es schon an der oberlippe vielleicht juckt es mich weil ich nervös bin vielleicht juckt es mich weil ich mich in die wasche frage die illuminaten was gewonnen geträgt mutfokos und die bohlen kommen da habe ich kein bock drauf was und rennen wir noch ach scheiße man für sieben kilometer sieben wie viel kilometer hier 8 13 4 scheiß drauf haben wir das hier hat davon wie mautstellen wenn sich das und links rum ja 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 da habe ich einen abkürzt und verpasst doch noch immer arschloch marcel was durch und ein bonus von 13 sekunden wo eng eng was eigentlich sind dehnbare begriff du sauber was ist hier eine strecke man 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 wer denkt schon die rennen aus hier rechts und links und rechts schreckliche autounfall schon wieder was kann man nicht zuerst an der grund zwei klar das kann zuerst kam dann karbon zuerst oder muss beantwortet ich glaube fast muss beantwortet ne ich weiß gar nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr der trifft boah was soll das denn vollbombom boah blöder taxifahrer du bist so lebensmüde boah zu viel speedfall in der kurve ich glaube mein linker stick ist einfach zu fein eingestellt ich bewege den echt nur einen millimeter von dem millimeter und das auto lenkt halt schon ein bisschen voll krass deswegen zieht er wohl da leichter links keine ahnung ganz cool ich habe schon nie gesehen sowas ominös und rum 180 190 200 210 220 230 240 wenig schnellste in der welt man 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 uns können die eine aufhalten 9 9 vorlaufen muss bleiben so viel motion die hübsche 250 aus und sie ist ja gar nichts mehr scheiße und zum p.o. das war ein Finale freuchten Gäuel ja ja bla 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 wir schaffen die Blicke sind abkann so Meilensteine fangen mal an und was müssen wir machen als das mit Radar Dinger die Bündnis wo ist die Radarfalle mit wie viel Kamm haben wir durchfahren ein ganzes Nitro ah ich hab kein Nitro ein ganz gutes Nitros weg bestimmt nur mit 170 oder so ich hab keine Ahnung ich hätte durchgemusst mit 185 jetzt 195 mach das mal Olive Tranov komo nun dritter gang wird kommen fünfter gang scheiße das war echt scheiße sonst viel zu viel gebremst nein wir schaffen es nicht schon ein scheiß maulstelle meine oberlippe juckt so schlimm warum warum ist das so warum ist das so dritte gang vierte gang diesmal nirgendwo durch von der gegenfahrer war 210 ganz souverän souverän geblitzt worden so muss hat so zweimal steine das haben wir es noch police blablabla evade police schneller als drei minuten ist klar drei minuten zeit verpiss dich ich hab noch drei minuten frisse man fast schon spektakulär und der ist nicht kaputt gegangen ich bin ein flugzeug hier ist er kaputt gut gemacht marcel gut gemacht jetzt sie reden wenn man verstecken uns so wie weitet und tschüss bin versteckt geschafft einmal stein mehr auch alle mal steine haben wir jetzt schon die wir brauchen jetzt brauchen wir 180.000 kopfgeld also gib ihm fangen wir an gibt es irgendwo eine autobahn auf autobahn sind wir ganz angenehm damit man ein gewisses verfolgungslevel aufbauen kann du kriegst mich nie du blöde sau realspin 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 und weiter geht's hallo hallo police officer was geht ab und tschüss nur verarscht hallo so jetzt bauen wir ein gewisses verfolgungslevel auf du 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 kann es zehn minuten nur dauern das ist so spannend das ist so spannend kommst du ruhig mal das auto angucken schöner kasten sind ein zurück hier geht's ich habe eben noch wo ich andere konnte zwei aufgenommen habe und naja das ist mir halt ich habe andere von zwei aufgenommen das ist mir innerhalb von einer stunde aufnahme direkt zu einem gequetscht so und das wird sich dann halt in zukunft auch fortsetzen da habe ich halt nicht viel lust zu also habe ich das mit einer grund gelassen aber ich habe während dieser aufnahme erwähnt dass ich mich ärgere dass es keine halbautomatik gibt also sprich du stellst das spiel auf automatisch halten aber dass du mit einem wenn du mit einem gang unzufrieden bist dass du dann selber nachhelfen kannst das hat halt gefehlt so und hier kannst du so einstellen jetzt bin ich im fünften gang kann den vierten und voll im grenzer drin so da kann den sechsten reingehen oder wieder im fünften trotz automatik einstellung so und das habe ich stark kritisiert dass das nicht geht und habe gesagt es geht in den anderen spielen schon aber mir ist ganz eingefallen aber es geht um es wartet so das habe ich jetzt erzählt so wie sieht es denn aus wie gewähren wir schon wieder ne alles gut du kriegst mich nie leben du blöde Sau Spannend oder? also wie schon gesagt ich versuche gerade fahndungslevel 2 zumindest mal zu erreichen damit ich halt naja ein bisschen mehr action machen kann wenn ich jetzt ein bisschen ja ich habe mich gerade meine Nase gekratzt das ist aus jetzt mit dich popeln vielleicht hab ich auch gepopelt hm weil wenn ich jetzt ein bisschen action mache dann sind wir direkt entkommen und dann kriege ich kein Kopfgeld zusammen ich bin jetzt erst bei 1400 das ist zum kurzen her also fahre ich die ganze Zeit autobahn mich nicht so leicht abhängen kann wie sie immer so ruckelt wenn man kurz vorm schalten ist ne also schalte ich lieber selber da ruckelt es nicht so das kann ich nicht erzählen soll ist ja schalte ich gerade scheiße langweilig ja aber ich bin kurz vor fahndungslevel 2 von da her wie ist es gar nicht so schlimm ich könnte mal ein paar kopf zerstören fick dich hart da habe ich mich bei 2000 kopfgeld wie das auf englisch wortwörtlich auf englisch übersetzt sich anwenden würde nicht kopfgeld und hat man hey das sollte auf die andere seite fallen wenn ich jetzt kriegen werde ich zickig wenn ich bin okay fick dich hart opfer textbulle ich meine natürlich diese bohle diese tieren ich meine jetzt nicht polizisten du musst mein haus nicht stürmen sowas nicht gemeint ich habe mich da auch strahlen plasma plasma strahlen was los officer scheiße dramatische strafensperre super aus stahl massiver stahl durch dein gesicht geht eine bolle haut ab dann rasen wir fünfmal durch links nein ich erwähnte das will ich nicht aber ich zerstöre noch einmal eine straßensperre tot und vernichtung für dein gesicht tschüss von dem bück zweiter gang danke und noch mal tod und vernichtung für dein gesicht ach du scheiße oh da war ein meilenstein oh oh ich kann sogar auch fahren aus level 3 hoch gehen sehe ich gerade meinten so weg gespawnt und ich überhede ne und wo ist ein bulle hinter mir korrekt hallo mein polizistischer freund wie geht es dir grüße deine kumpels aus dem krankenhaus von mir und mit der mit dem schwarzen supra lalalala und tschüss tot und vernichtet oh das ist halt bei dem spiel echt blöd dass du nur ein vinyl drauf machen kannst bei anagon 2 konnte ich jetzt irgendwie stacken so alles aufeinander batschen und meinen eigenen style raus machen und dir kannst du einfach nur ein ding drauf batschen schon ein wenig scheiße naja ist halt so kann man nicht dran ändern dafür ist das spiel cooler ja ich versuche nicht abzuhauen weil wir jetzt 10.000 kopfgeld haben ich hab gesagt das dauert bestimmt 10 minuten und ich bin jetzt bei 5 also beschwert euch nicht oh ne maut stelle weniger an eurem leben ihr geldgeil wichsen du bist du 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 hast du undetailierte zivilfahrzeuge leckt mich an bockers schreckliche oh na schade du 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 ich weiß ich fahr auch eine autobahn da ist einfach am angenehmsten mit der polizei ja ja denkt die polizei auch lol 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 250 und die polizei bleibt dran oh baum oh wer stellt auch mitten oh wer stellt auch einfach so einen baum mitten auf die autobahn wobei das bestimmt eine schnellstraße beziehungsweise landenstraße ist aber für mich dass die autobahn in dem spiel hier und dieses dumme bild gewackelt wenn man kurz vor dem schalten ist ne richtig bekloppt solche features genauso wie motion für einfach nur hässlich oh neue schwarze zivil polizei ne undercover polizei so nein ich verschlage mich mach du dich auf opfer tschö o weißt du wann das liegt ich war supra und du nicht deswegen verlierst du wixer oh du 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 oh baaamm oh Junge oh Junge Doppel-Sequenz Kommt doch hinterher ihr Bulle ihr Bullen Ups Ups Ach bist du zerstört worden? Von wem das denn? Ups Oh LKW Oh nein Oh nein